Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Sie haben 8 Billionen Dollar Papiergeld im Umlauf. Wir haben uns geirrt. Nein, Sie meinen, Sie haben sich geirrt. Wenn die Assets im Wert fallen, sagen wir um 25 Prozent. Und auf den Büchern bleiben, wäre der Verlust größer als die Marktkapitalisierung unseres Unternehmens. Wie lange braucht man, um das aus den Büchern verschwinden zu lassen? Das, was Sie vorhaben, können Sie unmöglich tun. Alles verkaufen. Heute noch. Sie verkaufen etwas, von dem Sie wissen, dass es keinen Wert hat. Wir tun das nur aus einem Grund, damit wir überleben. Es gibt drei Wege, in diesem Geschäft Geld zu machen. Der Erste zu sein, schlauer zu sein oder zu betrügen. Sieh dir diese Leute an. Sie laufen umher und haben keinen Schimmer, was bald passieren wird. Sie sind ein sehr wichtiges Teil in diesem Puzzle. Also, sind Sie dabei? Und ich garantiere Ihnen, man wird über das, was heute passieren wird, viel Hässliches sagen. Wenn das Schiff untergeht, dann gehen wir beide zusammen unter. Ich bin sicher, dazu wird es nicht kommen. Der Boden unter unseren Füßen bewegt sich nun mal. Vergessen Sie dieses Datum nicht. Das Datum von diesem Tag.